Moin, ich bin jetzt auf Klagemauer TV Lützebüsch. Heute mit einer interessanten Frage, und zwar, hat die Federal Reserve Bank, oder die FED, die Goldreserve von Deutschland gestohlen. Die Deutsche Bundesbank hat 3.400 Tonnen Gold an ihrem Besitz, da das eine Milliardereserve, die dringend gebraucht wird gehen, wüge, dass es ausgezahlt und immer mehr wahrscheinlich ist, dass ein Euro versorgen wird. Von diesem Goldschatz leidet aber nur ein Drittel an Deutschland. Der größte Teil leidet seit den 50er und 60er Jahren am Keller von der US-Central Bank FED. Das soll anscheinend die sicherste Platz von der Welt sein, und doch kein Druck kommen, so in den Medien. Alle heute, die Deutsche Unabhängige Bürgerinitiative holt unser Gold heim, durch massiven politischen Druck bewirkt, dass die Deutsche Bundesbank bis zum Jahr 2020 ich länge Prozentsatz von ihrem Gold, 300 Tonnen, von der FED wird zurückkriegen. Für das Jahr 2013 war viel gesehen, dass die 50 Tonnen gingen zurück in Deutschland gehen, aber schlussendlich waren dann immer 37. Die größten Teilen dieser Lieferung kommen aus Paris, und nur 5 Tonnen kommen tatsächlich aus dem Depot von der FED. Es ist auch ganz verdächtig, dass die 5 Tonnen irgendwann an Deutschland zurückkommen, von den Amerikanern ausgeschmolz, an Neigoldbauer gegossenkufen, die die Prägung 2013 hatten. Es ist also ein Lohn nicht mehr zu beweisen, ob es sich bei diesem Gold wirklich um das Gold handelt, was von Deutschland kommt. Der Goldexpert James Türk sieht an einem Interview mit dem Blog King World News, Tatsache, dass der Retour vom Deutsche Bundesbank Gold sieben Jahre gedauert wird, anstatt sieben Wochen, weiss, dass das Gold wahrscheinlich nicht mehr bei der Federal Reserve Bank war. Hier sieht weiter. Gold, als während der Jahre aus dem Tresor geholt ging, anheimlich, los und unobfällig genutzt ging, für den Goldpreis niedrig zu halten. Denn Dimitri Speck, ein Analyst von Marschee, geht in dieselbe Richtung, und erklärt an der Zeitung Die Welt, dass du es auch willst, dass Gold als alternativ Währung diskreditiert wird, und geht darum, dass der Standard vom Gold erhelle bleibt. Gleichzeitig weichert sich Bundesbank ein Lösch von der Goldbeeren zu weisen, und gerät auch komisch an dubiosen Erklärungen. Soll hier vielleicht ein von den größten wirtschaftlich, politisch Verbrechen aus der Geschichte vertuscht gehen? Informier dich auch, was man Gold aus der Ukraine geschieht, als nur dem Ömpsturz. Guckt dafür nach dem deutschen Medienkommentar vom 15. März. Eddie die MTV ging, sehen Sie zur Weiterferferung. werden in der the vergangenen Erklärung vom Geschichte ро smells arm ihr in der Pr� месте vers zu es ist Vielen Dank.